Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, der 29. Januar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 298. Und ja, was habe ich für Themen für euch mit dabei? Da ist zum einen Schwangerschaftsrabatt, Datenkrake, Google Play Store, Facebook Locked, Unnütz, Schazam, HomePod, Animotion Karaoke und Kryptonation. Beginnen wir gleich mit einem Thema. Ja, wer selber Eltern ist, Papa oder Mama, der kennt das. Alles, was mit Baby oder Kinder angeschrieben ist, kostet gleich doppelt und dreifach. So geht es sicherlich auch den einen oder anderen Eltern, die irgendwelche IKEA-Kataloge durchblättern und da nach einem Bettchen für das Kind suchen. Da hat sich IKEA was einfallen lassen und hat eine coole Aktion gemacht. Das Bettchen, das normalerweise irgendwie was um die 500, 600 oder was die Währung auch immer war, kostet, kann man mithilfe eines Schwangerschaftstests sich um den Preis halbieren. Heisst, ihr müsst über die Währung pinkeln und schon ist der neue Preis da. Wie das genau funktioniert, daily.giktok.ca bei der 298 findet ihr den Link zu dem Video, also zu der Währung dazu. Unbedingt anschauen, wer das nicht schon getan hat, weil ich finde das extrem spannend und cool gemacht. Dann gehen wir gleich von Schwangeren zu Datenkraken über. Ich bin ja bekannt hier im Geek Talk immer wieder mal ein bisschen gegen Google zu schießen, weil mir die einfach viel zu viel wissen. Und wie man jetzt wieder mal verstärkt herausgefunden hat, es wurden drei Smartphones getestet, eine Galaxy S8 von Samsung, ein Moto Z-Troid und ein Google Pixel 2, die jeweils ohne SIM-Karten, also eigentlich doof und nicht so nett, aber über einen WLAN-Hotspot verbunden. Und die Dinge haben einiges rausgespuckt. Da gehören zum einen, wie ihr euch bewegt, Fuss, Auto, Zug, Fahrrad etc. Das Wetterdaten, also Wetterdaten von der Ort, von der Umgebung wurden damit ausgegeben. Es wird ausgegeben, wie das WLAN ist, wie die Mac-Adresse von eurem eigenen Gerät ist, mit was es verbunden ist, mit wie stark das WLAN da ist, was für Bluetooth-fähige Geräte in der Nähe sind. Und das Spannende, die Geräte werden anhand ihrer Mac-Adresse auch gleich gespeichert. Also wie ich immer schon sage, Google weiss immer, wann ihr wo seid und vor allem mit wem ihr wo seid. Das kann unschön werden, wenn da irgendwelche Maschinen irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Viele, viele andere Dinge, die das da noch mit drin sind, GPS, Akku etc., das könnt ihr nachlesen bei einem Beitrag, den wir verlinkt haben. Spannend hier zu sehen, Microsoft und wie ihr eben auch schon wisst, Apple gehen da einen komplett anderen Weg. Können sie ja auch, weil sie müssen nicht das Geld verdienen, indem sie euch die Daten oder eure Daten verkaufen. Die haben noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ganz anderer Weg. Sehr spannend, sollte man sich einfach zwischendurch mal auch wieder bewusst machen, was da alles für Daten rübergehen. Aber gehen wir weiter, wir sind ja am täglichen News-Podcast und da gehen wir jetzt wieder in die Schlagzeilen. Facebook möchte locken und zwar die Gaming und nicht die Leute, die spielen, doch die natürlich auch, aber auch das lukrative Geschäft der Streamer, die unterwegs sind, die euch Content liefern und eben für euch Spiele spielen. Und dafür haben sie eine Plattform geschaffen, um euch das Ganze interessanter zu gestalten und natürlich schlussendlich dann auch damit sich zu partizipieren und damit mit euch Geld zu verdienen. Es wird nicht langweilig auf dem Gaming-Markt, da wird es sicherlich noch einiges geben in nächster Zeit. Dann gehen wir über zu Spotlight. Das ist ja die Suche in iOS für alle iPhones und iPads etc. Die kann seit kurzem ja auch mit, ja wie soll ich sagen, Animojis befüttert werden. Das heisst, wenn ihr eine Pizzeria sucht, einfach in die Spotlight-Suche gehen und das Pizza-Emoji hervorkramen und schon werden euch Pizzerien in der Umgebung angezeigt. Ich finde das witzig, müsst ihr mal ausprobieren. Gebt doch Bescheid, ob es und wie es funktioniert hat und wo ihr schlussendlich gelandet seid. Vor kurzem, genau gesagt im Dezember letzten Jahres, hat Appleia verkündet, dass sie Schazam übernehmen werden und dafür 400 Millionen Dollar bezahlt haben. Da waren vielen nicht klar, weshalb, aber wir hatten es schon in der Geek Talk News Folge, also in unseren Mutter-Podcasts, Da ist natürlich einiges mit drin, denn die Leute, die rausfinden möchten, was das für ein Song ist, möchten das natürlich nachher auch abspielen. Nicht mehr so häufig kaufen wie früher, aber da hat ja Apple auch eine Möglichkeit mit Apple Music ein Streaming-Angebot und damit könnte Apple einiges an Neukunden anlocken. Laut Analysten, wenn da nur 1-5% der Nutzer von Schazam darüber auf Apple Music kommen, das wären dann schon 1,5-7,5 Millionen neue Abonnenten. Also ziemlich großes Potenzial. Und da es ja Apple Music auch auf Android als App gibt, ein ziemlich großes, ja, wie soll ich sagen, schaut ziemlich gut aus, dass die App da nicht verschwindet. Also Schazam meine ich natürlich. Dann gab es Werbe-Filmchen übers letzte Wochenende, die einige, die ausgespielt wurden. Der HomePod kommt ja nächstens für uns auf den Markt, also das heisst für uns eben für die Amerikaner und Briten und noch in Australien, genau war es. Und genau für die gibt es jetzt auch Werbe-Videos. Die sind nicht ganz so aufwendig und, ja, wie soll ich sagen, bewegend wie sonst die Videos oder Werbung von Apple sind. Müsst ihr euch mal anschauen, wenn es euch interessiert. Ansonsten lasst es sein und geht gleich zu den nächsten Werbe-Spots, denn Apple hat rund um die Grammy-Verleihung zwei neue Werbe-Spots mit Animoji-Karaoke rausgehauen. Ganz witzig gemacht, zumindest der erste vom Alien. Der andere mit dem Hund und dem Shit-Haufen, ja, Geschmackssache. Aber ja, wie alles in der Welt. Dann die letzte News in der letzten Woche noch hat der Schweizer Bundesrat, also besser gesagt unser Wirtschaftsminister, der Johann Schneider Ammann, mein Gott, Wörter, eine kleine Ansprache gehalten an der Kryptokonferenz in St. Moritz. Und dabei meinte er, dass die Schweiz ja eigentlich gute Voraussetzungen hätte, sich als Kryptonation in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen Namen zu machen. Denn, wie viele von euch sicherlich auch schon mitbekommen haben, ist in der Schweiz, besonders in Zug und Umgebung, das quasi das Crypto Valley ansässig. Da sind einige große und namhafte Bitcoin- und andere Kryptowährungsfirmen tätig. Und er meinte eben, dass wir Schweizer uns das eigentlich aneignen sollten, weil wir ja schon den Zugang oder den Ruf im Bereich Geld haben und vor allem seit unser Bankgeheimnis dahin ist. Da gibt es aber auch gegnerische Stimme, die dann meinen, dass es eben das gefährlich sein könnte, da wir so wieder zu der Zielschiebe werden. Zielscheibe, mein Gott. Entschuldigung vielmals, Montagmorgen früh. Dass wir so wieder zu der Zielscheibe werden können. Zum Beispiel Frankreich und Deutschland haben ja schon angekündigt, sie beiden werden sich vereinigen und gegen die ganzen Kryptowährungen Massnahmen ergreifen. Mein Gott, so schnell und schon wieder schiessen. Das war's mit den News, die ich für heute Montag für euch habe. Ich werde euch diese Woche wieder begleiten. Ich freue mich darauf und wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Seid erfolgreich und wir hören uns, wenn ihr mögt, morgen am Dienstag wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.